Das ist auch nicht zu fassen. Apropos, es gab so unvorstellbar viel Kultur in Theresienstadt, das können Sie sich nicht vorstellen. Jeder, der dort war und etwas konnte, hat es für die Häftlinge gemacht. Man hat dort Theater, man hat Kabarett gemacht, fragen Sie nicht. Es war unwahrscheinlich und ich habe jetzt, es gibt viele Brücke, es gibt also in Theresienstadt wurde das Requiem von Verdi aufgeführt. Und das haben sich die Nazis angehört, die haben etwas von Musik verstanden. Das wollte ich nur sagen. Und da waren die Obersten, außer Eichmann, noch andere. Also Eichmann war nicht da, sondern andere. Und das war wunderbar, das Requiem. Und dann haben sie gesagt zu dem Rahmen, der war der Lagerleiter, ich hoffe, Sie werden die Gruppe nicht auseinanderreißen. Und da kann man nur sagen, er hat Wort gehalten, er hat sie komplett nach Auschwitz geschickt. Was da für Talente und so weiter vernichtet worden, können Sie sich gar nicht vorstellen.